hallo liebe seele herzlich willkommen zu deinem tagesorakel heute am montag den 26 februar schön dass du da bist welche thematik darf ich für heute beleuchten für meine zuschauerinnen und zuschauer über was darf ich sprechen wie passend wie passend im wochenorakel hat sich auch ein kleines bienchen gezeigt in den karten da ging es wie man immer so schön sagt wortwörtlich um ein fleißiges spinchen ok mit dieser biene zeigt sich auch das rad des schicksals was darf ich weitergeben ja tatsächlich hier haben wir die acht münzen sechs stäbe die sonne was für eine tolle energie weiß gar nicht wo ich anfangen soll mit ähm mit erzählen ähm also das rad des schicksals hat hier seine volle berechtigung ne dieses orakel geht an alle fleißigen bienchen da draußen an alle die aktiv sind die sich einer sache hingeben die bereit sind zu arbeiten hart zu arbeiten ähm die bereit sind sich mühe zu geben zuverlässig zu sein wie ich eben auch schon im wochenorakel gesagt habe diese energie hier passt perfekt zum wochenorakel also falls du das nicht gesehen hast kann ich dir das empfehlen das rad des schicksals mit der biene hier bringt eine positive wende das ist ähm eine karmische energie in dem sinne so nehme ich das war alles was du reinsteckst in eine sache all deine hingabe die wird belohnt werden all das kommt zu dir zurück ok und ähm das nicht erst in zehn jahren sondern ziemlich zeitnah auch hier mit der sonne das ist ein happy end das ist ähm erfolg auf ganzer linie das ist du wirst glücklich sein mit dem was du erreicht hast du wirst anerkennung bekommen du wirst gesehen werden mit dem was du machst also ähm ähm menschen werden deine werden sehen wie viel hingabe du in eine sache steckst oder gesteckt hast menschen werden sehen was du dir aufgebaut hast menschen werden sehen zu was du fähig bist welches talent du hast ähm menschen erkennen deine ähm ähm deine werte in dem sinne wie eine ich bringe jetzt wieder ein 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 menschen erkennen deine unternehmensphilosophie deine prinzipien okay die stoßen ihr auf fruchtbaren boden und du bekommst dir definitiv anerkennung und aufmerksamkeit für das was du hier tust auch ja also die sechs stäbe stehen hier für erfolg du darfst mit guten nachrichten rechnen du darfst mit guten fortschritten rechnen du darfst ähm in dem in dem sinne wenn du für etwas gekämpft hast darfst du auch mit dem sieg rechnen ja für dich und deinen weg gerade auch mit der sonne hier ähm es ist wie die geistige welt oder das universum je nachdem an welche höhere macht du glaubst wie du das nennst die die möchte dich dafür belohnen für das was du gibst ja ähm und die acht münzen zeigen hier etwas an das von qualität ist ja das ist nicht larifari oder auch wie ich im wochenorakel gesagt habe heute leiste ich mal was heute bin ich mal da und morgen bin ich wieder nicht da ähm ich bin quasi unzuverlässig oder das ist auch jemand der etwas durchzieht ja das ist nicht so ähm wenn jetzt hier jemand quasi hier hat das beispiel gebracht im wochenorakel wenn jemand ein Kuli auf den Zeh fliegt dass man dann sofort oh Gott äh äh mordsmäßig ähm jammern muss und jetzt ist man arbeitsunfähig und jetzt kann man das und das nicht tun und in eine gewisse Opferhaltung reingeht nein hier ist jemand angezeigt der auch mal ein bisschen was durchzieht auch mal ein bisschen kernig ist auch ein bisschen Bums beweist so nenne ich es immer Bums genau ähm also hier sehe ich eine sehr gute Entwicklung vor all die die sich hier wieder erkennen ja das ist doch jemand der einfach mit Begeisterung an einer Sache dran ist deswegen ist es dieser Person ja auch wurscht wenn ein Kuli auf dem Zeh fliegt ja ähm oder wenn man hier ist eine Schere wenn man sich den Finger geschnitten hat bei der Handarbeit hier dann dann klebt man Pflaster drauf und macht weiter das ist die Energie die ich hier rein bekomme ja also hier ist jemand auch ein bisschen zäh ne und das wird belohnt werden hier äh von der geistigen Welt ähm ja auch die sechs Kelche sprechen dafür dass hier jemand wirklich mit Herz und Hingabe dabei ist dass man sich wohl fühlt mit der Aufgabe die man hier hat dass man sich wohl fühlt an seinem Arbeitsplatz egal ob du angestellt bist du machst das gern oder bei deiner Selbstständigkeit oder du hast da ein Projekt du baust irgendwas auf deinem Grundstück an deinem Haus an einer Wohnung oder du hast da ein Projekt und fühlst dich pudelwohl damit okay dann nimmst du auch mal die ein oder andere Strapaze in Kauf klar am Ende wirst du hier feiern können und es bereitet dir halt auch unglaublich unglaubliche Freude ja Lebensfreude das erhebt deine das tut dir gut das erhebt deine Schwingung das erhebt deine Stimmung es es lädt dich auf hier ist etwas diese Aufgabe lädt lädt dich auf energetisch auch ne es tut dir unfassbar gut und ähm das was du wie gesagt da reinsteckst wird auch erkannt von deinem Umfeld von deinen Arbeitskollegen von der Kundschaft von den Menschen die dich hier sehen die dich hier wahrnehmen vielleicht stehst du auch in der Öffentlichkeit ähm genau was ich hier mit den vier Münzen noch kurz anmerken möchte das ist die Vergangenheit das ist so wie ähm das ist eher eine zurückhaltende Energie das ist wie als hättest du hier eine Aufgabe als wärst du mit etwas beschäftigt dass du dir am Anfang vielleicht nicht zugetraut hättest oder dir diesen großen Erfolg oder dieses ja diese Rückmeldung als hättest du dir das nicht zugetraut dass da wirklich etwas zurückkommt ja oder als wärst du erst mal zaghaft unterwegs gewesen in der Vergangenheit aber hier darfst du dir echt was zutrauen und das wird hier in großem Erfolg ähm enden was heißt ich will nicht enden sagen weil hier endet nichts hier geht etwas weiter hier wird etwas unterstützt von der geistigen Welt für alle fleißigen zuverlässigen Bienchen da draußen ja und diese Zuverlässigkeit das ist auch das was in dieser Welt auch immer seltener wird ne dass man sich auf jemanden verlassen kann dass man ein Produkt von Qualität auch bekommt ne dass jemand Spaß an einer Sache hat dass man mit Begeisterung wo dran ist diese Hingabe ja viele viele geben viel zu schnell auf ja heutzutage aber das ist nur meine Beobachtung aber ich weiß auch einige von aus meiner Community hier haben sowas ähnliches auch schon kommentiert dass sie das auch schon beobachtet haben und ja das ist allgemein aber das kannst du natürlich anders auch sehen okay was darf ich als Rat noch weitergeben für alle die hier mit in Resonanz gegangen sind hier haben wir noch Tagträume du wirst unsere Botschaften leichter hören wenn du dich regelmäßig der wohltuenden Beschäftigung des Tagträumens hingibst entspanne dich und öffne dein Herz dem Empfangen ohne deine Gedanken zu dirigieren achte einfach nur auf jegliche Gefühle Visionen oder Ideen so als würdest du einen Film anschauen dies ist die Quelle wahre Kreativität genau und das was du empfangst beim Tagträumen oder in Momenten der Stille vielleicht auch das heißt nicht dass du im Bett liegen musst ja während du entspannt bist und dass du nur im Bett in dieser Stille etwas empfangen kannst nein du kannst auch hier vollkommen in eine Sache vertieft sein und in einen meditativen Zustand gelangen sozusagen auch in solchen Momenten während du etwas während du produktiv bist kannst du auch Visionen weitere Visionen empfangen und Ideen empfangen ja wie gesagt die Begeisterung spielt hier auch eine ganz große Rolle und ich sehe hier etwas sehr sehr positiv für dich weiter gehen liebe Seele wenn du hier mit in Resonanz gehst und es freut mich ganz ganz arg dass ich dir diese Botschaft heute weitergeben darf gerade auch für Montag die neue Woche steht an herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit ich drücke dich ganz feste liebe Seele wenn du magst bis zum nächsten Orakel Bye Bye